Es ist einfach schön zu sehen, dass diese Qualität, die sie beide haben, dass man sieht, dass sie die auch in der Bundesliga einbringen. Also erstmal gab es jetzt noch keinen direkten Austausch zwischen dem Bundestrainer und mir in der letzten Zeit. Ich glaube, so viel kann ich verraten. Und ansonsten ist Niklas, wie er ist, unverändert, auch zu dem, wie ich ihn kenne. Da muss man auch immer sagen, das ist ja eine Dokumentation zwar, die sich auch sehr nah an der Realität bewegt. Und trotzdem ist es ja immer ein Schnitt. Und ihr aus den Medien wisst ja auch, dass man dann Dinge auch, die interessanten Dinge vor allem in sowas reinpackt. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Szenen, auf die sie anspielen, dann jede Woche sich bei uns in der Form wiederfinden. Sondern das ist ja dann aus einer ganzen Fußballsaison. Und deshalb mag dieser Schnitt vielleicht auch einen etwas falschen Eindruck an der einen oder anderen Stelle dann machen. Aber Niklas ist vollkommen unverändert, macht seinen Job, konzentriert sich auf seine Arbeit, ist so, wie er ist. Das ist gut für uns. Das bringt uns eine gewisse Emotionalität einfach auch auf den Platz in der Arbeit, in der täglichen Arbeit. Das tut der Gruppe gut und deshalb kann ich dort keinen Unterschied feststellen. Ich glaube auch, dass gerade wenn man dann so wie Fülle schon ein bisschen was gesehen hat, dass man das auch über die Jahre sich aneignet. Und dann eben weiß, auf was man zu achten hat. Und das sind die Dinge, die hier intern besprochen werden, die man selber zu arbeiten hat. Und darum kümmert man sich und alles andere versucht man bestmöglich auszublenden. Und das gelingt ihm auch ganz gut. Da wurde ich, glaube ich, auch vor der Saison schon mal darauf angesprochen. Da sollte ich auch einen Tipp abgeben, wer wie viele Tore macht. Das habe ich nicht getan. Aber ich habe gesagt, ich traue den beiden schon durchaus eine Menge Tore zu. Und es ist einfach schön zu sehen, dass diese Qualität, die sie beide haben, dass man sieht, dass sie die auch in der Bundesliga einbringen. Und auch die Harmonie untereinander, das Zusammenspiel von den zwei Stürmern, aber auch mit der gesamten Mannschaft, dass wirklich klare Abläufe zu erkennen sind. Und gerade bei Niklas und bei Marvin sieht man natürlich gut, wie sie eingestellt sind, beziehungsweise wie sie aufeinander abgestimmt sind. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, um dann eben auch für Gefahr zu sorgen. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass du als ganze Mannschaft gut auf dem Platz stehst und am Ende des Tages sind dann die Stürmer, gerade in einem Zwei-Sturm-System, dann häufig diejenigen, die auch die Tore schießen sollten. Das ist einfach so. Trotzdem haben wir dieses Jahr auch schon ganz viele Torschützen gehabt. Dafür habe ich die anderen Sturm-Duros jetzt nicht so nah mitbekommen wie die beiden. Es ist immer auch die Frage, was man daraus macht. Wir arbeiten daran, dass wir konstant gute Leistungen bringen als Mannschaft. Wir versuchen, jeden einzelnen Spieler zu unterstützen, dabei besser zu werden und eben auch seine Qualitäten in den Dienst der Mannschaft zu stellen. So arbeiten wir dann auch mit Marvin und mit Niklas. Und deshalb, ja, das ist das, womit ich mich beschäftige. Alles andere dann vergleiche zwischen einzelnen Personen oder Sturm-Duos. Das ist was, was dann natürlich vor allem drumherum passiert, wo ich auch, wie gesagt, diese Quervergleiche deshalb, weil ich natürlich eine ganz andere Beziehung habe. Einmal eine Außenwahrnehmung, einmal die Wahrnehmung von innen. Deshalb tue ich mich da total schwer. Das müsstet wahrscheinlich am ehesten ihr machen.